hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen spezial hier auf dem channel wir werden heute mal die rivals und weekend league belohnung von fifa 19 werde ich euch mal zeigen jetzt im hintergrund also falls euch das gefällt lasst natürlich einen daumen da und wenn ihr davon mehr sehen wollt einfach in die kommentare ich bin dann aus und da kommen jetzt die packs bis dann vorne so Vielen Dank. 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 Vielen Dank.